Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, der Episode Nummer 11 und heute reden wir über das Thema Sport und zwar Sport als Bergsport bzw. Bergsport als Sport und was man da alles mittlerweile an Subkulturen sich ausgedacht hat, wie man mittlerweile versucht den Sport so ein bisschen in den Bergsport rein zu etablieren, in das Bergsteigen rein zu etablieren und da dementsprechend auch Geld damit zu verdienen, Wettbewerbe zu machen und so weiter, wie sich das denn so in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Kurz zu Beginn muss ich sagen, ich wollte eigentlich heute, und da habe ich mir schon ganz viele Gedanken und Notizen dazu gemacht, über das Thema von Narzissmus zu Gemeinschaft sprechen. Ich werde mir das Thema aber für nächste Woche aufheben. Die Notizen werden nicht fallen gelassen, denn mich beschäftigt dieses Thema immer noch sehr. Ihr habt mir sehr, sehr viele E-Mails in den letzten Wochen zum Thema Hass am Berg und so weiter geschrieben, auch zu ganz vielen anderen Themen und ich freue mich übrigens wirklich, wirklich sehr, wenn ihr mir Mails schreibt, denn dann weiß ich immer, es gibt Leute, die sich mit dem Content tatsächlich auch auseinandersetzen und sich dann wirklich viele Gedanken teilweise darum machen und deswegen auch nochmal hier der Aufruf, wenn ihr Meinungen zu Dingen habt, die auch ganz anders sein können als die Meinung, die ich habe, dann gerne an kontakt.alpenacademy.at. Da können wir uns gerne austauschen und wie alle bestätigen können, ich habe bis jetzt auf jede E-Mail geantwortet und das wird hoffentlich auch so bleiben. Manchmal dauert es nur einfach ein paar Tage. Grundsätzlich, warum möchte ich jetzt doch nicht über das Thema von Narzissmus zu Gemeinschaft sprechen? Naja, mich hat in den letzten Tagen das Thema Sport wieder sehr beschäftigt, denn seit die Trainingsserie Training für die Berge losgeht, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich mache mich gerade so ein bisschen zum Sportler und tatsächlich will ich aber ja gar kein Sportler sein, sondern ich möchte Bergsteiger sein und ich möchte Bergsportler sein, aber nachdem das Wort Sportler da ja schon fast irgendwie drin steckt, da bin ich dann fast schon irgendwie darin gefangen, auch Sportler zu sein und ich bin Kletterer und ich gehe gerne Klettersteige und ich gehe gerne Skitouren und ich gehe gerne Eisklettern und Hochtouren und Wandern und weitwandern und das mache ich alles sehr, sehr gerne und auch Laufen, also Trailrunning, Bergläufe, das mache ich alles, alles wirklich, wirklich gerne und das fällt einfach für mich unter die Kategorie Bergsport und deswegen bin ich auch einfach ein Sportler und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann sagen die meistens, ich schaue sportlich aus oder ich bin ja so sportlich oder auch mein Umfeld sagt, ich bin sehr sportlich und so weiter. Irgendwie muss ich mich dann doch mit den Federn des Sportlers oder des Sports schmücken. Ich meine, ich muss jetzt nicht sagen, dass ich beruflich Sportler bin, das stimmt nicht, aber ich bin einfach Hobbysportler, leidenschaftlicher Sportler, wie man es auch immer nimmt. Ist man noch Hobbysportler, wenn man an Bewerben teilnimmt? Das ist eigentlich auch eine spannende Frage. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dieses Thema, das hat mich jetzt in den letzten Tagen so beschäftigt und auch heute hat es mich wieder beschäftigt, denn gerade heute, da war wieder eine Session Training am Programm, also auch wieder für Training für die Berge. Da ging es dann um das Thema Training mit oder Trainieren mit schwerem Rucksack. Wie können wir uns da dementsprechend auf die Hochtourensaison vorbereiten, wo unser Rucksack dann in der Regel einfach viel, viel schwerer ist, als das normalerweise beim klassischen Wandern wäre und da gibt es einige Trainingsmethoden und darüber rede ich dann eben am Donnerstag. So, aber darum soll jetzt gar nicht so viel gehen. Es geht eigentlich vielmehr um die Frage, ist denn das Bergsteigen zum Sport geworden und manche Leute würden ja sagen, es ist zum Sport verkommen, denn Bergsteigen, das hat ja nichts mit Sport zu tun, so sehen das zumindest viele alte Hasen und viele leidenschaftliche Bergsteiger der Vergangenheit, die sagen, dass es da eine ganz klassische Unterscheidung zwischen Bergsteigen und Sport gibt und ich finde diese Überlegung gar nicht so schlecht. Also, ich muss nicht unbedingt damit einverstanden sein oder dem hundertprozentig zustimmen, aber ich finde die Überlegung und den Ansatz dahinter nicht so verkehrt. Dass man sagt, naja, Sport, das ist eine Aktivität in einem kontrollierten Rahmen mit entsprechenden Rahmenbedingungen, unter denen ich mich zum Beispiel auch messen könnte und Bergsteigen bietet das alles ja definitiv nicht oder zumindest nicht immer und nicht in diesem Ausmaß und wie ich mir das erkläre oder zusammenreime, wie folgt. Wir haben in den Bergen ja immer wieder sehr unterschiedliche Umstände, sehr unterschiedliche Ausgangspositionen, sehr differenzierte Herangehensweisen an gewisse Probleme, zum Beispiel verschiedene Kletterpassagen, der eine macht das so, der andere macht das ganz anders und so weiter. Dadurch ergeben sich dann auch andere Zeiten, andere Strecken und so im Großen und Ganzen ergibt sich dann einfach diese Individualität, die den Bergsport ja irgendwo auch prägt und vor allen Dingen so interessant macht, dass ich die Dinge im Prinzip immer auf meine eigene Art und Weise machen kann und nicht so sehr davon abhängig bin, wie das derjenige vor mir oder nach mir gemacht hat, sondern irgendeinen Kopf durch, ob das dann funktioniert oder nicht. Das ist dann auf einem anderen Blatt geschrieben, aber das ist ja dann letztlich auch vollkommen wurscht und das macht es für mich ja auch so spannend und interessant. So, die Frage ist jetzt natürlich, ist das jetzt Sport? Naja, Sport und damit die Definition, dass es in einem messbaren, definierten Rahmen stattfinden kann, die ist damit natürlich nicht erfüllt, denn das würde ja bedeuten, dass ich es genauso gemacht habe wie der vor mir und der nach mir und man das dann vergleichen könnte in irgendeiner Weise und man könnte dann vielleicht noch eine Tabelle aufstellen, wer das am schönsten gemacht hat oder am schnellsten oder wie auch immer. Irgendeinen messbaren Faktor findet man sich schon, wer es mit der niedrigsten Herzfrequenz gemacht hat oder was auch immer. Jedenfalls ist der Unterschied jetzt der, dass wir im Bergsport diese immer gleichen Voraussetzungen, die immer gleichen Parameter für ein Vorgehen gar nicht vorfinden können. Allein schon aufgrund des Wetters, aber auch aufgrund der Bodenbeschaffenheit, wie der Untergrund heute ausschaut im Vergleich zu gestern, die wir einfach nicht beantworten können, weil wir vielleicht gestern auch gar nicht da waren und so weiter. Also da gibt es ja wirklich so viele Variablen in diesem ganzen Komplex Berg und Bergsteigen und Bergsport, dass wir da eigentlich keine richtigen Wettbewerbsbedingungen vorfinden können. Aber das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert, also da hat sich ja wirklich viel getan. Warum? Naja, eine Industrie hat einen neuen Markt entdeckt und zwar den Markt des Trail Runnings. Trail Running ist das allererste Mal gewesen, dass am Berg tatsächlich Wettbewerbsbedingungen etabliert wurden und ein Wettbewerb inszeniert wurde oder inszeniert veranstaltet wurde und sich da dann Bergsportler messen konnten. Und das ist jetzt in manchen Ländern schon länger her, dass das passiert ist und in manchen kommt das jetzt gerade so als großer Trend durch, auch im kleineren Umfang. Also es gibt jetzt kleinere Wettbewerbe mittlerweile auch schon. Also früher gab es nur die ganz großen, die mittlerweile eben noch größer geworden sind und ich denke da jetzt zum Beispiel an den Ultra Trail de Mont Blanc, der ja früher noch ein relativ kleines Event war, mittlerweile auch ein Riesen-Event und mittlerweile haben sich da viele kleinen Ableger in verschiedenen Ländern entwickelt und so weiter. Also das wurde ja zu einem richtigen Hype und es ist immer noch und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr noch mehr wird. Corona hat diesem ganzen Sport ja nochmal einen sehr, sehr großen Gefallen getan, wenn man das so plakativ jetzt mal formulieren möchte. Das Interessante an diesem Trail Running ist doch eigentlich, dass wir uns in den Bergen bewegen, alle gleichzeitig und dementsprechend auch unter gleichen Bedingungen eine Wettkampfsituation gestalten können oder zumindest künstlich herbeiführen können. Und das mitten im Gebirge, teilweise sogar im Hochgebirge. Also da geht es dann teilweise über Gletscher und so weiter und das ist ja eigentlich furchtbar spannend, wenn man so darüber nachdenkt, dass ja Bergsteigen immer so dieses Wilde war, wo man so flexibel sein musste und so neue Ideen, kreative Ansätze gebraucht hat, um Probleme zu überwinden und plötzlich können wir das durch eine künstliche Einschränkung ganz abschalten und können einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Wettkampf, wir haben alles, alle haben die gleichen Startvoraussetzungen, es ist jetzt quasi wie beim Marathon und dementsprechend ist das auch fair und dann können wir das Ganze bewerten. Und ich finde diese Faszination hinter Trailrunning sehr verständlich. Also ich finde auch die Wettbewerbe sehr interessant und es ist generell wie ein Marathon einfach nur im Gebirge und ich finde, da ist jetzt noch gar nichts Verwerfliches dran, sondern, oder Verwerfliches sowieso gar nichts, aber es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, sehr spannend zu beobachten, denn die Leute, die an diesen Wettbewerben teilnehmen möchten, die sind natürlich darauf aus, dafür zu trainieren und die sind darauf aus, dementsprechend fit zu sein, um dann bei diesen Wettbewerben auch gute Platzierungen zu erzielen. Ganz logisch, brauchen wir nicht drüber reden und das machen sie natürlich auch in den Bergen und dementsprechend werden die Berge per se nicht schneller, aber das Publikum auf den Bergen, das wird immer schneller und mittlerweile ist es auch ganz spannend, dass die Geschwindigkeit angeblich einen Messfaktor für Kompetenz darstellt und ich finde, dass das einfach falsch ist und ich möchte auch das etwas genauer ausführen. Als die ersten Trailrunner im Gebirge sich breit gemacht haben, gerade in Ostösterreich, ist das noch gar nicht so lange her, in Westösterreich, beziehungsweise in den Ostalpen im Allgemeinen ist das jetzt schon eine Weile her, aber in Ostösterreich ist das noch relativ frisch, da hat man die Geschwindigkeit an Berg von Bergsteigern mit ihrer Kompetenz und ihren Fähigkeiten und ihrem Können gleichgestellt und das war ja insofern ganz spannend, denn wenn ich ein schneller Bergsteiger war, dann war ich ein guter Bergsteiger und das habe ich irgendwie auch immer etwas skurril gefunden, wenn ich einen Ausflug in den Osten gemacht habe und nach Ostösterreich gegangen bin, dann habe ich das immer sehr spannend gefunden, weil ich da bin ich halt einfach in die Berge gegangen und habe dann plötzlich gesehen, wie mir Leute Komplimente dafür gemacht haben, dass ich so ein fitter und guter Bergsteiger bin und so ein schneller Bergsteiger und da bin ich ja extrem gut wahrscheinlich und ich habe mich immer gefragt, was dieses gut eigentlich heißen soll und wie die das jetzt genau gemessen haben, denn ich finde das Kompliment ist natürlich ganz nett, aber was ist damit eigentlich gemeint? Wie hat der das denn eigentlich, was hat sich der dabei denn gedacht? Und das fand ich dann immer ganz spannend und die Leute sind halt eben in diesem Thrill, dass man Geschwindigkeit als Kompetenz gleichstellt und ich finde, das ist ganz, ganz, ganz falsch. Trailrunner sind keine kompetenten Bergsteiger und kompetente Bergsteiger sind keine Trailrunner, nicht gezwungenermaßen, sie können natürlich beides sein, aber ich bin der Meinung, dass die Ruhe und die Konzentration in den Bergen immer noch darüber entscheidet, ob ich einen Berg überlebe oder nicht. Und wenn es diese Option nicht gibt, wenn es die Option nicht gibt, dass ich auf dem Berg sterben könnte, abstürzen könnte, mich verletzen könnte und so weiter, dann ist es eben auch kein Bergsteigen mehr. Dann ist es Trailrunning, denn beim Trailrunning, da muss ich nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt irgendwie in einem absturzgefährdeten Gelände bin oder sonst was, sondern da ist es meistens in sehr sicheren Rahmenbedingungen geschaffen. Da werden sogar teilweise Strecken abgesperrt und Markierungen erneuert und so weiter. Diese ganzen Dinge, die eben das Bergsteigen ausmachen, dieses Unkontrollierte, diese vielen Fragezeichen, die am Weg auftreten könnten, die werden ja ganz bewusst, ohne das bewerten zu wollen, ganz bewusst entschärft, um eben den Fokus auf den sportlichen Aspekt zu legen. Und dementsprechend kann man sagen, dass das Bergsteigen und das Trailrunning zwei vollkommen unterschiedliche Disziplinen sind. Und im letzten und vorletzten Jahr ist dann aber was ganz Spannendes passiert, nämlich die Trailrunner sind eben, weil sie irgendwo, das ist ja sehr naheliegend, dann zu Bergsteigern wurden oder eben sich einfach so ins Hochgebirge getraut haben und so weiter. Die haben quasi ihre Fitness und das Lob, das sie bekommen haben für ihre unglaublich guten Leistungen, so ein bisschen aufs bergsteigerische Können projiziert. Und so ist es leider im letzten und vorletzten Jahr des Öfteren passiert, das kann man in den Nachrichten sehr gut nachvollziehen eigentlich mit den Status, also mit den Meldungen der verschiedenen Nachrichtenmagazine, dass Trailrunner verschwinden, abstürzen, sterben, erfrieren und so weiter, alles im letzten und vorletzten Jahr passiert. Besonders verfolgt habe ich die Suchaktion nach dem einen jungen Trailrunner, der im Watzmannstock, müsste das gewesen sein, verschollen gegangen ist. Und ich finde diese, diese, ich möchte diese Person jetzt natürlich nicht als das Beispiel für irgendeine schlechte Vorbereitung oder so nehmen, auf keinen Fall. Also den Einzelfall möchte ich nicht bewerten. Ich möchte nur darauf hinaus, dass es eben zwei unterschiedliche Dinge sind und man sollte sich da nicht zu viel ins Vermischen dieser zwei Disziplinen begeben, außer man ist sich eben bewusst, was man da gerade macht und wie man das dann letztlich umsetzt. Denn wenn ich ein Trailrunner bin, dann möchte ich und ich möchte in die Berge gehen, dann sollte ich mich vorher sehr genau damit auseinandersetzen, was dann nun die neuen Herausforderungen sind. Denn das Bergsteigen ist heute an manchen Modebergen selbstverständlich fast wie ein Trail geworden, sehr gut markiert, an den Stellen teilweise sogar abgesperrt oder gesichert, wo es gefährlich sein könnte und ansonsten eine relativ gemütliche Wanderung. Aber das ist eben nicht auf allen Bergen der Fall und auf manchen Bergen begibt man sich eben ins Absturzgelände, man begibt sich in größere Gefahr, es sind sehr viele unkontrollierbare Faktoren mit im Spiel, es kommt das Wetter dazu, das eben im Hochgebirge deutlich gefährlicher sein kann, als einfach auf einem Trail und so weiter. Und wenn ich mich damit nicht ausreichend auseinandersetze, wenn mir nicht bewusst ist, dass ich eine Disziplin wechsle, dann sollte ich vielleicht davon noch Abstand nehmen, bis ich mir dessen bewusst bin und bis ich die dementsprechenden Fähigkeiten habe, mit den Situationen auch umzugehen. Und ich möchte da in diesem Zusammenhang auch noch festhalten, dass das durchaus auch eine Frage der Ausrüstung ist. Denn Trailrunner sind meistens mit gar keinem oder sehr wenig Gepäck unterwegs und das ist im Hochgebirge teilweise lebensgefährlich. Und ich finde, dass hier die Aufklärarbeit der alpinen Vereine auch etwas zu gering ausfällt. Man könnte da ruhig etwas mehr Aufklärarbeit betreiben und sagen, hey, was ihr da macht, ist schon ziemlich cool, aber es ist halt auch saugefährlich, wenn ihr das mit der gleichen Ausrüstung im Hochgebirge probieren wollt. Und da fehlt einfach viel Notfallausrüstung, da fehlt viel Sicherheitsausrüstung, da fehlt viel Bekleidung. Also ich frage mich dann schon, haben sich diese Leute tatsächlich mit ihrem Vorhaben auseinandergesetzt oder haben sie versucht, Trailrunning in die Berge zu bringen, in die tatsächlichen Berge, weg von den Trails hin zu den Bergen, zu den alpinen Unternehmungen. Und ich bin nicht der Meinung, dass das nicht geht, um Gottes Willen. Ich bin der Meinung, man kann sehr, sehr schnell und sehr, sehr spritzig auch auf sehr schwierige und gefährliche Berge gehen. Es gibt Bergsteiger, die beweisen, dass das sehr, sehr gut geht. Ueli Steck hat das bewiesen zum Beispiel. Dani Arnold beweist das bis heute immer wieder mal. Und auch ein Kilian Jornett ist da ebenfalls sehr, sehr gut darin. Aber die sind dann dementsprechend auch darauf vorbereitet. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Bergsteiger, sofern sie noch am Leben sind, sich regelmäßig damit konfrontieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Trail und einem Berg. Und dass man natürlich die Geschwindigkeit, das Tempo gleich hoch halten kann, aber eben nur, wenn man dementsprechend darauf vorbereitet ist, auf die Situationen. Und ich behaupte, dass das nicht überall und nicht bei jedem Trailrunner, der nun sagt, er geht jetzt bergsteigen, tatsächlich angekommen ist. Und ich möchte damit die Trailrunner ja nicht beleidigen, um Gottes Willen. Ich bin ja selber einer. Also ich bin ja selber einer dieser Spezies, dieser seltsamen Leute, die jetzt einem am Berg begegnen mit Laufschuhen. Aber ich sehe einfach sehr, sehr viele Trailrunner, auch auf meinen Wegen, wo ich mich dann frage, ob die eigentlich wissen, wo die da gerade unterwegs sind und was da alles passieren kann. Und mit was für wenig, mit wie wenig Ausrüstung sie da dann letztlich unterwegs sind und in was für eine Gefahr sie sich damit eigentlich begeben könnten. Denn ich laufe auch im höheren Gebirge, aber ich mache das dann mit dementsprechender Ausrüstung und habe dann eben einen etwas schwereren kleinen Rucksack. Aber dann begegnen mir Leute mit gar keinem Rucksack und dann frage ich mich schon, ob sie das Ganze eigentlich auch zu Ende gedacht haben. Ich habe ja das Gefühl, dass gerade Trailrunner sehr anfällig dafür sind, zu glauben, dass ihnen im Gebirge ja nichts passieren kann. Sie sind schnell oben, sie sind schnell wieder unten, sie sind spritzig, dynamisch, sportlich fit. Das stimmt ja alles. Aber es kann ja trotzdem was passieren. Und ich glaube, da gehen viele mit einer gewissen Naivität aus dem Sport heraus heran. Denn der Sport suggeriert uns das schon, diese Sicherheit. Sport ist etwas, was in den meisten Fällen sehr, sehr sicher ist. Also wenn ich jetzt Indoor klettern gehe zum Beispiel, dann habe ich sehr kontrollierte Bedingungen und ein sehr, sehr sicheres Umfeld, das auch in gewisser Weise mehr oder weniger auf mich auspasst sogar. Wenn ich Fußballspielen gehe in einem Verein, dann habe ich einen Vereinsarzt oder einen Trainer, der darauf schaut, dass ich keinen Blödsinn mache und nicht zu viel oder zu wenig oder falsch trainiere. Wenn ich, weiß ich nicht, Tischtennisspielen gehe, dann habe ich da ebenfalls meine Betreuung durch einen Trainer oder anderweitig, die mich davor schützen, dass ich mich verletze. Und alleine die Tatsache, dass das Indoor stattfindet, ist ja schon mal ein großer Schutz vor der Umwelt logischerweise. Und das alles ist aber am Berg einfach anders. Aber die Trailrunner trainieren so, als würden sie unter kontrollierten Rahmenbedingungen immer unterwegs sein. Aber wenn man jetzt vermischt, wenn man jetzt anfängt zu vermischen, dieses einerseits Trailrunning, das ist ja dann doch sehr relativ kontrolliert tatsächlich, also bei schönem Wetter, auf gut ausgebauten Trails kann einem ja tatsächlich relativ wenig passieren. Man kann umknicken oder so mit dem Fuß und das ist dann natürlich echt beschissen, aber im Prinzip begibt man sich da jetzt nicht in Lebensgefahr. Und wenn man dann aber anfängt, aus diesen kontrollierten Rahmenbedingungen auszusteigen in die unkontrollierte alpine Bergwelt, dann befürchte ich eben, dass viele vergessen, auch so ein bisschen ein Umdenken einzuschalten und sich darüber Gedanken zu machen, oh hey, was muss ich da jetzt eigentlich beachten, wenn ich ins alpine Gelände übergehe, wo auf einmal die Markierungen weg sind, wo jeder zweite Stein mir entgegenkommt, wenn ich ihn angreife, wo ich Steine und Griffe und Tritte rausziehen kann und woanders wieder einbaue, wo sie mir gefallen. Und diese ganzen Komponenten, die sollte man definitiv mitbedenken. Also ein Appell an alle Trailrunner unter euch und das mache ich nicht anders. Wenn ihr hin und her switcht zwischen einer Trainingssession in den Bergen, also Trailrunning auf Pfaden, auf Steigen, die relativ sicher sind, nicht im absturzgefährdeten Bereich, wenn es trocken ist und so weiter. Und dann switcht ihr hin und her zum alpinen Gelände, zum hochalpinen Raum, geht auf Hochtouren und so weiter. Versucht das voneinander zu trennen. Ihr könnt es natürlich miteinander vermischen, aber das braucht sehr viel Training, sehr viel Vorbereitung und sehr viel Erfahrung. Und wenn ihr nicht hundertprozentig davon überzeugt seid, dass ihr das auch könnt, solltet ihr das euch wirklich vielleicht überlegen und sagen, okay, ich bin jetzt kein Sportler mehr, ich bin jetzt Bergsteiger, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss jetzt schauen, dass ich hier Tritte und Griffe in die Hand nehme, die auch da bleiben, wo sie sind. Und damit ich bleibe, wo ich bin und mich sicherer bewegen und vor allen Dingen mit deutlich weniger Risiko bewegen, um eben am Leben zu bleiben oder mich zumindest nicht zu verletzen. Und dieses Bewusstsein, das ist, glaube ich, wichtig und deswegen möchte ich da jetzt nochmal unterstreichen, überlegt euch das einfach selber. Ich möchte das nicht für euch entscheiden, was für euch ein Trail ist und was für euch ein Berg ist, aber ihr solltet euch immer wieder überlegen, ist das jetzt eigentlich hier schon Alpinismus, ist das hier eine alpinistische Challenge oder ist das einfach ein Trail, den ich einfach rauflaufe und wieder runterlaufe, und die objektiven Gefahren irgendwo gleich null sind. Aber wenn ich eine Route plane und da ist Eis, da ist ein Gletscher, da ist Steinschlag oder sonst was, dann sollte ich nicht mehr denken, ja gut, aber der Steinschlaghelm, der ist so schwer, den kann ich ja nicht mitnehmen. Diese Gedanken sind die, die einfach gefährlich sind und da würde ich wirklich, wirklich gut aufpassen, wenn ihr euch sowas mal denkt, dann reflektiert das Ganze mal, überlegt euch, ist das eine gute Idee, so wie ich mich da gerade bewege, warum machen das alle anderen nicht so, warum setzen alle anderen einen Helm auf, das ist ja, dann vielleicht hat das ja auch einen Grund. Und spannend finde ich eigentlich an diesen, an dieser Vermischung zwischen Bergsteigen und Sport, dass viele Leute sich gegenseitig so ein bisschen befremdeln, also diese zwei Disziplinen, wenn die da so ein bisschen aufeinander clashen, auf den Hütten und Wegen, da beobachtet man manchmal so eine zwischenmenschliche Komponente, die nur auffällt, wenn man sie ganz genau beobachtet, nämlich wenn so klassische Urtypen-Bergsteiger, die alten Hasen, plötzlich auf einen Trailrunner treffen, der dann mit doppelter Geschwindigkeit quasi an ihnen vorbei heizt, oder ihnen entgegenkommt, auf einem schmalen, engen, schmierigen Steig. Ich finde das dann immer sehr interessant, so ein bisschen zu beobachten, oft sehe ich es leider nicht, aber hin und wieder kriege ich es dann doch mit, und da finde ich das dann ganz spannend zu sehen, wie dann die zwei Bergsteiger, nachdem der Trailrunner an ihnen vorbeigerannt ist, sich darüber aushauen und darüber unterhalten, wie unverantwortlich das nicht ist, wie die da unterwegs sind, und dann muss die Bergrettung die wiederholen und so weiter. Und der Trailrunner hingegen, der unterhält sich dann zu Hause oder am Stammtisch mit seinen anderen Laufkollegen darüber, wie langsam die in den Bergen nicht alle sind, und ob die nicht alle irgendwie scheiße sind und da gar nicht hingehören, weil sie gar nicht die Fitness dafür haben. Also so steckt jeder so ein bisschen in seiner Bubble drin und in seiner Welt und da frage ich mich dann immer so ein bisschen, naja, sollten wir nicht so ein bisschen toleranter gegenüber beiden Gruppen werden und sollten wir nicht vielleicht auch anfangen zu überlegen, sind wir nicht irgendwie ein Teil von der anderen Gruppe und wollen es uns nur nicht irgendwie so richtig eingestehen? Also ich glaube schon, dass viele Trailrunner sich manchmal im Nachhinein so denken, hu, ja gut, ein Helm wäre da schon nicht schlecht gewesen oder, ja gut, ein Pickel oder vielleicht Grödel oder sowas, das wäre da jetzt schon wichtig gewesen und so weiter. Ich glaube, dass sich das insgeheim viele Trailrunner denken. Ich glaube, dass es kein einziger zugibt, also Stolz ist ja etwas, da können wir dann nächste Woche beim Thema von Narzissmus zur Gemeinschaft reden, Stolz ist ja etwas, das ist ja mittlerweile in den Bergen viel zu groß gewachsen. Also keiner gibt mir einen Fehler zu, keiner gibt mir eine Schwäche zu, keiner gibt mir eine Angst zu, das ist ja alles mittlerweile ein bisschen dramatisch geworden und auch unter den Bergsteigern ist man da dann relativ engstirnig und sagt, ja, die Trailrunner, die sind sowieso alle schlecht und die haben alle keine Ahnung und oftmals gestehen sie sich dann auch einfach selber nicht ein, dass ihnen vielleicht an manchen Punkten ein bisschen die Fitness fehlt und sie eigentlich ein bisschen zu wenig trainiert haben für eine gewisse Unternehmung oder einen gewissen Berg und dann schon relativ langsam unterwegs sind. Und gerade die, die können sich das dann ja nochmal schlechter eingestehen, die haben dann noch den Stolz der letzten 30 Jahre auf den Bergen und haben leider die Abzweigst, als es darum ging, ob man vielleicht statt zum Bier zum Apfel greift. Aber gut, das ist jedem selber überlassen und letztlich ist es wichtig, dass wir reflektieren, ob unsere Aussagen, aber vor allen Dingen unsere Gedanken gegenüber anderen Leuten in den Bergen eigentlich tatsächlich stimmen und ob das immer so richtig ist oder ob das einfach nur so eine kleine Welt ist, in der wir uns bewegen und die Welt aber eigentlich viel, viel größer ist. Und ich glaube, dass die Welt viel, viel größer ist, als unser eigener Horizont es uns so zeigen möchte. Und deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen darüber nachdenken, ob wir nicht von den anderen vielleicht auch was lernen können. Und wenn Trailrunner während meinen Sessions im leichten Hügelland mir begegnen und mich überholen, da habe ich dann immer sehr, sehr großen Respekt und denke mir, Wahnsinn, wie schnell die drauf sind und vor allen Dingen, wie geschickt die teilweise auch durch felsiges Gelände durchkommen und so weiter. Und manchmal sehe ich dann eben im Hochgebirge auf 3000, 3500 Meter irgendwo am Gletscher in schwierige Mixed Gelände Leute, die sich viel schneller oder viel sicherer bewegen als ich. Und da bin ich dann auch wieder beeindruckt und versuche mir das ein oder andere abzuschauen. Und so glaube ich, dass wir voneinander viel mehr lernen können, wenn wir versuchen, von den anderen ein bisschen was mitzunehmen, anstatt an den anderen immer was zu kritisieren. Also nur weil der jetzt auf 3500 Meter so schnell ist und so sicher ist, ist das jetzt nicht jemand, der sich keine Gedanken um sein Fach macht und keine Gedanken um das, was er gerade tut und einfach nur schnell sein will, sondern es kann einfach sein, dass er beides ist. Also sehr begabt und sehr sicher und sehr gut trainiert. Und deswegen, wir sollten da vielleicht mit ein bisschen weniger Hass an das Ganze rangehen. Und Sport ist natürlich ein Thema, das im Bergsport eben, wie zu Beginn gesagt, irgendwie drinnen steckt. Und man sollte vielleicht überlegen, ob diese sportlichen Disziplinen am Berg vielleicht nicht immer der richtige Denkansatz sind, wenn wir uns ins Hochgebirge zum Beispiel begeben, wo viele objektive Gefahren eben lauern, die in einer sportlichen, kontrollierten Wettkampfumgebung zum Beispiel einfach nicht vorherrschen. Und ich glaube, dass dieser Gedanke eben oftmals zu kurz kommt. Vielleicht wollt ihr euch ja mal ein paar Gedanken dazu machen zum Thema Sport. Wird Bergsport langsam immer mehr zum Wettkampfsport und wird Bergsteigen mittlerweile auch immer mehr zum Sport? Müssen wir uns immer weiter miteinander messen und uns immer weiter vergleichen? Habt ihr das Gefühl, dass sich das in den Bergen irgendwie verändert? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das gerne an kontakt.alpenacademy.at oder schreibt es mir auch gerne in die YouTube-Kommentare, denn da wird unser Podcast auch immer als Video-Podcast veröffentlicht und da könnt ihr dann natürlich auch gerne Kommentare drunter schreiben. Ich finde eure Meinung sehr interessant. Zum Thema wird Bergsteigen immer mehr zum Sport? Was sind da eure Eindrücke? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch die heutige Podcast-Episode gefallen hat, dann vergesst nicht, den Feed zu abonnieren oder uns auf YouTube zu abonnieren oder ihr könnt es uns auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch der Podcast denn gefällt. Bis zum nächsten Mal. Wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und Bergheil. Keil. Keil. Keil.